Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with the 5th part of Crash Bandicoot 1 HD. Ich zeig euch kurz mal was, ich hab's nämlich gemacht in meiner Free Time und zwar in 99 Live School. Man kriegt sogar dafür eine Trophäe und mehr geht nicht. Ich glaub im 2 oder im 3er kann man schon über 100 gehen, aber hier geht's nicht noch nicht. Alright, das wollte ich euch nur sagen und eigentlich könnten wir direkt loslegen. Machen wir das dann mal. Hinweis, haltet ihr Sprung gedrückt. Ah, jetzt kommt wieder dieses Eislevel mit den Robes. Also bei 99 versuchen, ja guckt hier. Seht ihr das? Mehr geht nicht. So, ok. Krank. Oh, oh. So, jetzt. Spring doch. Ah, wisst ihr was? Wir vergessen die Kisten. Oh Gott, wenn ich jetzt den da hinten hole, dann sind wir Ultimate, aber wir können trotzdem droppen. Egal. Wir machen das jetzt mal ohne Kisten sammeln. Weil sonst gibt's immer einen hin und her und das verschwindet nur unnötig Zeit. Ok. Ok. Ich hätte einfach in den Reihen rennen sollen. Ja, jetzt klappt's. Ich bin sogar ein bisschen später gesprungen als sonst. What the fuck? Das fängt ja schon mal sehr gut an. Das fängt sehr gut an. Das war wieder knapp. Wollte ich eigentlich nicht, aber suck it. Ja, komm. Very nice. Ja, jetzt können wir's gebrauchen. So. Jetzt müssen wir das so machen. Bis da... Ja, jetzt. Oh shit, war das knapp? Ah, jetzt. Ok. Ja, ja, Hoffnung mach ich das alles. Also, sorry, aber... Nee. Na gut. Oh. So. Ah, ich wusste es. Wo ist denn eigentlich der nächste Checkpoint? So. Ok. Ernsthaft? Wie der noch lacht. So soll's doch rüber gehen. Oh. Boah. Zum Glück hatte ich Dings. Jawohl, ein Checkpoint. Komm, das schaffen wir auch so. Ja, toll. Ja, toll. Aber das schaffen wir wirklich auch so. Das hätten wir auch so geschafft. Und da ist schon der nächste Checkpoint. Very nice. Wir hätten alle Kisten gekriegt. Wir hätten alle Kisten gekriegt. Wetten wir nicht die vier da hinten? Ich hab's schon kaum sehen. Probieren wir's aus, ob die alle gekriegt hätten, weil dann hole ich das irgendwann mal nach. Okay. So. So. Krass, wie man das sehen kann. Wie viele Kisten kriegt man hier? 27. Ja, wir hatten alle gekriegt. Äh. Zuerst alle oben? Oder wie macht man das? Keine Ahnung. Nee, zuerst alle unten. Hä? Wie soll das gehen? Das interessiert mich jetzt. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Boah. Okay. Ah, vielleicht funktioniert das sogar so. Mal gucken. Ich hab ne Idee bekommen. Ich hab ne Idee bekommen, genau. Hat mir das jemand geschenkt? Nee. das waren jetzt nicht alle egal wir kriegen ja eh nicht alle jetzt fehlen mir vier kisten plus drei kisten sind sieben mal gucken und dann fehlt nur noch eine jahr werden soll gekriegt kommt das schaffen wir auch so ok deshalb noch mal na fuck vier hinten das wären 41 egal die holen ich will wieder acht kisten es waren insgesamt nur sieben die wir bekommen hätten soweit ich weiß ich hab mich verzählt all right then let's move it 1 2 3 4 5 level vielleicht noch und dann hätten wir das hier auch ok zerbrich sämtliche kisten ohne zu sterben meine besondere nedelstein zu ach so so kriegt man die bunten also ja das schaffe ich hier sowieso nicht das hier ist eine ultimates das ist das nicht die aus dem trailer oder und schon verkackt so bescheuert gucken wie viele leipzig ich schon verhandeln habe so das wollen wir jetzt nicht oh shit das war wieder knapp dann kriegen wir so nicht alles knapp war ja wenn wir von denen nicht alle drei kriegen dann sowieso gelitten ja 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 check point ja ach so seht ihr das nicht voll idiot warum komme ich nicht gleich drauf jetzt kommt pauschal nein verarsch mich nicht habt ihr das gesehen oh mein gott oh mein gott wo ist ein da oben ist einer ja ich weiß ich lebe gefährlich du zum glück haben wir noch den checkpoint so schlimm finde ich das gar nicht da finde ich da gibt es viel schlimmere wie zum beispiel das erste eislevel also das hat mich viel mehr nerven gekostet wie gesagt bis jetzt wer weiß was noch kommt idiot ich hätte springen können einfach so 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 zum glück habe ich den long jump gemacht so jetzt nicht da hoch verstehe okay und da ist der dritte oh gott das wird das versuche ich nur einmal weil diese dinger die sind so ultra schwer einmal einmal noch das soll jetzt nicht so gut ich will nur wissen wie das funktioniert ich kriege ja eh nicht alle kisten so okay dann da drauf dann darüber das ist noch easy das geht ja noch ich bin gerade nur ein bisserl zu wackelig zu blöd ja ich könnte auch so so ja das würde auch gehen das würde auch ich probiere es mal aus das wäre ja easier wobei ich nicht glaub das ist doch okay wie viele hätte ich dann weiß ich gar nicht einmal noch wenn selbst hätte ich jetzt dumm verkackt drauf geschissen aber wenigstens habe ich dann ungefähr verstanden weil das ging ja eigentlich so 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 hey hey nee ich bin direkt in dings reingesprungen wett ernsthaft komm schon ah hätt ich das noch gekriegt schon wieder jawoll jawoll man bin ich gut komm jawoll verdammt schade ein versuch war es wert boah ok wollte ich zwar nicht aber cool boah ja das hätte ich hinbekommen verdammt das hätte ich hinbekommen ja obwohl ich habe doch alle kisten eingesammelt wieso fehlen drei oder habe ich drei ausgelassen keine ahnung auf jeden fall auf jeden fall kriegt man das ding schon hin ohne einmal zu sterben und ich glaube erst dann kann ich da hoch ok alles klar gut dann lass mal hier weitermachen vielleicht ist da oben auch schon wieder ein endboss schalte einen neuen weg frei indem du woanders den blauen edelstein erhältst ja genau so blauen edelstein ich das heißt diese schlüssel meint der wohl tricky tricky aber juckt uns nicht so sollte ich mal auf hundert prozent gehen dann würde ich euch ähm das zeigen wenn ich hundert prozent hab das war jetzt nicht so gut von mir eigentlich das sowieso nicht da würde ich euch zeigen so wo ich was gekriegt und wieder gedrückt das hätte ich eigentlich geschafft und schon wieder verschwende ich so viel leben leben ballons heißen die ja irgendwie hier so live balloons keine ahnung das total keinen sinne gibt meiner meinung nach für mich sind das die naughty dog fressen ha jetzt kriege ich hier ein checkpoint wow nach 500.000 versuch für den noob schade wäre ich vorhin etwas weiter vorne verrückt hier zum beispiel ja Mist die habe ich jetzt gar nicht bemerkt ernsthaft stellt euch vor das ding hätte mich wieder gekriegt weil der so lange zum respawn gebraucht hat jetzt habe ich wieder von zwei masken keinen hier wären checkpoint nice gewesen ich bin was ist mit mir los warum bin ich so vorallig so ungeduldig das ist doch unglaublich das ist doch voll die schlechte eigenschaft als gamer patience composure das musste jetzt sein sonst wäre ich von dem ding da ertrückt worden meine meine nach so und diesmal warten wir jetzt so warten 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 ich habe das jetzt einfach so gemacht okay jawohl wow der erste official checkpoint äh also hier gibt es dann wahrscheinlich drei special stages ja ich brauche dich sonst komme ich nicht weiter aber warum rutscht du ab ich brauche den hier dafür unbedingt gott fast nicht geschafft mal wie das ist es ist das ist es ist es ist Zum Glück. So und jetzt nicht verkacken. Jawoll! Wegen einem... Ach egal, weiter geht's. Alter. Hä? Ich dachte so, warum bewegt sich das Teil nicht? 17 von 102... Oh! Shit! Nein, da gehen wir jetzt nicht hin. Mann! Talent Mike! Gangster! Oh mein Gott! Also da war dieses angebliche Rage-Level gechilltert. Schon alleine als das. Mist! So, dann machen wir zuerst das. Hä? Hä? Ich dachte gerade, was ist los? Da warte ich jetzt extra. Geduld! Jawoll! Hä? Das ist komisch. Warum kriege ich hier schon das Teil für alle Kisten? Muss ich dann extra bis hier hin zurück oder was? Ich Idiot! Ich habe ein Leben sacken lassen. Müll muss ich damit anbauen lassen. Wenigstens kriege ich das hier. 4 Stück hätte ich bekommen Vielleicht sogar 5 Also 6 Verarsch mich nicht Stellt euch vor ich wäre hier da nicht drauf gelandet Ja jetzt kommen die ganzen Kisten Oh Gott das werden viele Der arme Crash Alter der ist schon komplett down Der ist gleich wieder aufgestanden 63 Kisten alter Achso ja und dann noch von Von diesem Cortex Ding und dem anderen Ding Noch locker 20 das wären 40 Kisten Ja klar Ja das machen wir jetzt noch Hä das kann nicht schon das letzte Level sein Das sieht aber aus nach dem allerletzten Level Das ging aber schnell Das wollte ich eigentlich live streamen Das mach ich dann auch Kann man da Nein da muss man Schade weil seht ihr das Das haben die total mit Absicht gemacht Diese Wichser Ich dachte gerade der ist gerade durchgeglitscht oder so Sollen wir es testen Ja wir testen es Nichts Oh shit Ich idiot bin selber schuld Wenn es hier irgendwie so ein Trick gäbe Habt ihr das gesehen genau das meine ich So diesmal nicht 3D Fake Ding hier So War das jetzt richtig von mir Ja das war Dann fällt man so runter Ne Wenn man spinnt dann verhindert man den Aufprall Aber beim Aufprall Beim Aufprall passiert ihm ja eh nix Also daher drauf geschissen Hättest du den nicht gleich mitnehmen können So Gott brauche ich lange nur für den Anfang einer Stage Ist doch lächerlich Es wäre fast schon wieder passiert So diesmal nicht Wo ist der Checkpoint Ich brauche ein Checkpoint What Gut Ich glaube ich muss hier runter Gott wie die mich verarschen wollen Jawohl Perfekt Eigentlich ist Laufen nicht so gut Weil Da kann ich irgendwie zur Seite ausrutschen oder sowas Glitchgefahr Zum Glück bin ich so gesprungen Alter Hilfe Wenigstens etwas Ja Kennen wir schon Alter Zum Glück hatte ich zwei Darunter Jawohl Jawohl Checkpoint Im wahrsten Sinne des Wortes Da ist schon eine Maske Ne das ist meine Schade Jawohl Warte gibt es da oben was Ne da komm ich nicht hoch Weil das war voll oft so dass da genau oben drüber irgendwas war Okay da können wir leider nicht hoch springen Schade Wetten da gäbe es was Oder auch nicht Oder auch nicht Nein Jetzt Verarsch Verarsch mich doch komplett Nein Nein Dich brauche ich noch Gott war das knapp Wie der uns anguckt so vom irgendwas willst du eigentlich alle Ich check dich null Zum Glück habe ich einen Spin gemacht Zack 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 Krank Das ist diesmal falle ich nicht drauf rein Jawohl Alles klar guys Ich muss den Cut machen der Part geht schon viel länger als ich gedacht habe deswegen Thanks for watching hope you liked it See you on the next part which is actually gonna to be a string because it's the final part As it looks like Ja Danke Fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal noch mal auf deutsch wie gesagt ich werde der nächsten Part wahrscheinlich stream weil das hier schon nach ende gelände aussieht und ja Dann sehen wir uns beim nächsten mal und ich The blue gang says out peace youtube world